hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde hier zu minecraft sidecraft back in action und dabei natürlich wieder die nikki ol auch von mir ein herzliches willkommen meine lieben es hat sich einiges getan und ich freue mich euch das schon wieder zeigen zu können das ist echt cool oh ja neue woche neues glück quasi kann man sagen wir haben viel gearbeitet über fast nur hier drauf also fast nichts anderes gemacht ich habe ja urlaub von daher konnten wir viel schaffen ihr seht hier war ja eigentlich mal gehege und so eine halbe farm ja wo dann die kühe drin war die dann ein nach der anderen gestorben ist weil sie verhungert sind genau haben wir ja also da seht ihr ja noch die leicht treppen von genau vom alten von der alten fahren haben wir alles müssen wir noch wegräumen hier das ganze zeug aber haben die farm quasi umgebaut ihr seht genau das ist der server aber der server ist in den letzten tagen schon ganz schön also wir wissen nicht ob es da dann liegt dass wir das einfach so verbauen oder ob es da dann liegt dass einfach irgendwas so vom server nicht passen hier auch die wege quasi hinterm museum habe ich mal so ein bisschen gemacht hat mit mir wege hat auch lichter damit es auch hell ist keine monster und alles das einfach schön ausschaut genau gehen wir mal kurz zur farm oder das ist mal kurz eigentlich mal kurz anmachen und sieht ja mit ihre elektrischen hat nicht ganz geklappt so wie es aussieht ganz toll ist wieder irgendwas passiert doch jetzt auch es kommt hat einen moment gedauert was noch nicht verarbeitet wir müssen noch mit dem trichter arbeiten das haben wir immer noch nicht gemacht ja damit wir quasi die sachen in den trichter in die kiste kommt damit wir kaum noch arbeit haben außer das pflanzen noch ja und es gibt anscheinend eine maschine die auch selbstständig wieder fahr also setzlinge setzt da wollte ich mich auch mal informieren ob ich da was finde es wäre nämlich um einiges erleichternder weil die maschine dann dauerhaft entfarmen und wieder farmen würde halt oder wir setzen einfach ein bewohner rein werden den da ein und der tut dann die ganze zeit verarmen und ich habe da nicht aus wie das funktioniert ja wir haben ja zwei felder wir haben ja das hier und das oben oh mein inventar ist voll also wir haben echt genug noch ja mehr als genügend eins ist auch voll oder nö ich habe mich hier hinten nicht ganz aufgesammelt keine ahnung ich lauf dran vorbei aber ich habe doch noch einen rucksack stimmt da kann ich auch ein paar sachen reinwerfen und dass wir das halt gleich mal aufgeräumt haben weil das dies baunt ja du hast alles ja kannst knöpfchen drücken oder in schalte umlegen halt das wasser hier wieder ausgeht genau dann habt ihr das kurz gesehen in der hoffnung dass das funktioniert hat und sagt wasser blubbert nicht mehr ja ja es geht aus irgendwie also von der animation hat es gerade total schrecklich aus ausgegangen okay das ist wichtig aber was soll's gut dann haben wir den paar schon mal gezeigt und dann haben wir quasi unser grundgerüst was wir hatten was wir alles hier drin haben aber komplett umgebaut bis aufs baumaus separat bloß kurze frage hast du dein popschutz dran ja weil du voll ins mikrofon um blubberst ja ich habe mein popschutz dran okay ich meine bloß ja wie der easy schon gesagt habe hier war ja als stand ja alles anders das war ja unser grundgerüst unser erstes ding das wir gebaut haben unser baumhaus ist noch auf dem selben fleck wobei wir wobei ich am überlegen bin das komplett anders zu gestalten aber das mal zu einem späteren zeitpunkt hier habe ich ein kleines gewächshaus reingebaut das stand ja früher da vorne irgendwo haben jetzt nach hinten gezogen dann rechts daneben haben auch bildungen gebaut das kennt ihr auch noch genau da habe ich jetzt die pferdebomben dahinter gepackt das ist natürlich keine tür zum aufmachen aber optisch da haben die pferde ein bisschen gras drin und so die könnten eigentlich da drinnen eigentlich rumlaufen und so also ist echt süß gemacht dann kommt deine hundehütte ja mit meine ganze bauties viele kleine bauties ja dann kommt mein spielebereich ja nämlich dann habe ich quasi die koksereien hier aufgebaut sechs stück an der zahl denn wir brauchen echt viel teröl für die gleisen habe immer ganz viel hier gebaut ganz cool ganz chillig kohle reinschmeißen koks rauskriegen für uns und ist der öl für die gleisen ja genau damit wir damit wir schneller bauen können genau nein aber das koks ist praktisch das brennt doch länger im ofen nachher das kann man wieder schmeißen das stimmt also wenn damit halt verarbeitet kann es viel besser verarbeiten also vor allem geht ja die kohle nicht verloren weil die wird zum koks wird zum besser und man hat ja öl gleichzeitig also schon praktisch das zeug gut dann gehen wir hier weiter erstmal darüber da haben wir dann quasi schmied öfen damals zwei stück an der zahl die habe ich größer gebaut wenn es nur ganz kurz platz im innen wenn ich jetzt da schnell o ballen raus mache die zwei schmiedlinge habe ich einfach mal hier hin verfrachte zwei stück weil sie doch legierungen machen müssen alles was passiert eigentlich wenn ich da reinfahre nix war nix aber da komme ich nicht mehr raus das passiert das passiert da ist einfach nur mein spielzeug und dann haben wir quasi das forschungslabor so drüben stehen hatten haben wir ein bisschen kleiner und hier rüber verfrachtet genau weil wir doch da hinten jetzt das große gebaut haben für die besucher haben wir gesagt hat für uns brauchen wir jetzt nicht so großes zumindest ist nicht was halt so schön hergerichtet ist sondern das soll eigentlich dafür da sein dass wir eben unsere sachen machen können das hat die easy gebaut eigentlich hat das schon recht schön gemacht hat du fein mal also fein mal ja ist einfach nur klein und fein schnell für uns eine schicke eichenholz werkbank weiß zwar nicht was mit der machen kann aber die war halt schick schicke werkbank ja steht sogar genau da kann man ja keinen gucken unsere fossile wie ihr seht haben wir ein paar von jurassic craft haben wir echt eine menge also da sollten wir auch mal bearbeiten scheiße ja da sollten wir endlich mal was voran bringen ja aber es ist einfach für uns ich habe noch gar muss ehrlich sagen ich habe noch gar nicht durchgeguckt was wir an dinosaurier haben es war immer spontan das sagen wir was bauen wir heute welches gehege und dann suchen wir es aus doch voll viele ja aber wir gehen jetzt weiter jetzt habe ich schluck auf ganz toll ja dann seht ihr hier rechts ist quasi so eine kleine hütte kleine da drin ist der netter wo wir dann quasi netter kommen haben wir wieder hierhin verfrachtet und rechts eigentlich ein eingang zum himmel aber den gibt es hier leider nicht ja ich habe ihn darauf heiß gemacht er hat das gebaut und dann am ende feststellen müssen wir das gibt es gar nicht wundert euch nicht dass die animation gerade nicht an ist ich habe das mal ausgestellt um zu gucken wie die performance dann ist weil ihr wisst ja mein pc ist ja nicht so leistungsstark ja mehr gibt es hier nicht aber himmelsteine gibt es aber das ist auch schwachsinn naja kann man nichts machen dann geht es weiter nächstes gebäude das ist noch nicht ganz fertig das werde ich mir jetzt noch nicht zeigen weil da müssen wir noch dran basteln das wird eine überraschung was da drin ist aber ihr seht dann hier vorne ein großes dickes ding was ist es wohl ein reaktor ja ich habe mir einen reaktor gebaut der anlebt doch das an siehst das grüne ist die energie oder durch fließt durch die genau habe ich mir erlaubt zu bauen denn wir brauchen ja viel energie da habe ich auch die ganzen maschinen nach unten verfrachtet damit wir genug energie haben genug schnell produzieren können ja deswegen haben wir gesagt gehabt das baumhaus wird eventuell umgebaut werden weil wir erst gesagt haben wir bauen alles oben und da wir aber die meiste zeit am boden unten sind um da weiterzubauen käfig oder gebäude aber gesagt hat es rentiert sich nicht wenn man dann den kleinen platz immer oben haben so zusammen gequetscht irgendwie was bauen gibt machen wir es nach unten bringen für die ganzen maschinen die wir oben gebaut haben nach unten und dann erledigen wir da unten eben alles und können eben den platz nutzen den wir dann auch haben vor allem wenn wir wirklich hier viel energie auch ganz viele andere maschinen und das ist voll toll da habe ich es schon gebastelt nur manchmal kriege ich echt ja was ich schon am barren und so produziert habe und dein kristall ist fertig mein kristall ist fertig ja guck der schwimmt da drin oh meine reine kristalle stimmt mein reiner fluix kristall haa war jetzt das zeig zeig also nimmst du in die hand warte ich hab's gleich ja der ist ja lena ja der ist ja hübschen immer rein haben als kette machte mir noch mal ein hier schenke ich dir oh was kann ich jetzt damit machen nix können wir was craften und wer weiß es der weiß es was man damit man kraften kann der weiß sicher womit man flicks kristalle benutzen kann der weiß sicher was denn da in dem ding oh scheiße habe ich es gezeigt in dem häuschen gibt der weiß dann warum deshalb wieso gut dann haben wir hier großteil eigentlich alles gezeigt was wir hier so gemacht haben wie viele minuten haben wir jetzt schon zusammen ich habe da schon ein paar das reicht für heute denn wir haben ja noch genug zu zeigen im nächsten part haben wir zum beispiel noch neue dinos haben wir ja einen neuen dinohammer beziehungsweise zwei also eine eine art davon zwei stück genau dann haben wir noch im übernächsten part gibt es dann noch das riesengebäude was links steht zu zeigen genau hat viel arbeit gekostet und wir sind noch lange fertig ja aber dann würde ich mal sagen das reicht mal für diesen part und wir sehen uns im nächsten part wieder wenn wir euch die neuen dinos hier im park zeigen ja lasst einen daumen da lasst einen kommentar da und seid im nächsten part wieder dabei bis zum nächsten mal ciao ciao also ja Untertitelung des ZDF, 2020